Hallo und herzlich willkommen bei WettbonusTV. In dieser Ausgabe sehen wir uns den Wettbonus von BigBetWorld genauer an. Der Wettanbieter ist erst seit 2014 auf dem Markt, punktet aber mit einem tollen Neukundenbonusangebot sowie weiteren interessanten Promotions. Als Neukunde bekommt man bei BigBetWorld den fast schon branchenüblichen Ersteinzahlungsbonus in Höhe von 100%, welcher bei einer Maximalbonussumme von 100 Euro gedeckelt ist. Im Vergleich zu anderen Buchmachern liegen die Umsatzbedingungen zum Freispielen des Bonus aber definitiv auf den besseren Rängen. In diesem Video zeigen wir dir, welche Schritte notwendig sind, um den Bonus abzuholen. Zuerst musst du dich als neuer Spieler auf der BigBetWorld Webseite registrieren. Dazu surfen wir auf die Webseite des Buchmachers und klicken dort auf den Jetzt registrieren Button. Eventuell ist ein zweiter Klick erforderlich. Das Formular enthält die üblichen Felder. Ein spezieller Gutscheincode ist für den Erhalt des Bonus nicht erforderlich. Das Feld kann also ohne Probleme freigelassen werden. Im nächsten Schritt musst du deine E-Mail-Adresse via Klick auf einen Aktivierungslink bestätigen. Die notwendige E-Mail sollte innerhalb weniger Minuten in deinem Postfach sein. Anschließend musst du noch den AGB zustimmen. Für dieses Video machen wir eine Einzahlung mit einer 10 Euro PSAFE-Card, die Mindesteinzahlung, um den Bonus in Anspruch zu nehmen. Natürlich kannst du auch eine andere Zahlungsmethode auswählen. Zur Info, wenn du den maximalen Bonusbetrag von 100 Euro bekommen möchtest, musst du auch mindestens 100 Euro einzahlen. Damit der Bonus nun gut geschrieben wird, musst du kurz mit dem Support, zum Beispiel via Live-Chat, Kontakt aufnehmen und den Bonus anfordern. Dies sollte man unbedingt machen, bevor man die erste Wette platziert. Wie man sieht, geht das Prozedere aber recht zügig vonstatten und der Bonus ist schon nach kurzem auf dem Wettkonto gutgeschrieben. Alle Infos zu den weiteren Bonusaktionen von BigBetWorld findest du wie immer auf wettbonus.com oder auf unseren Social Media Kanälen. Das war es dann auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg mit euren Wetten. Euer Alex Trenker